Genießen Sie Ihr Frühstück, Herr General. 3, 4! Oh, jetzt! Ich weiß es! Träume! Schau, wer da ist! Hey, Jakob! Wir sind rausgerissen! Ja, komm! Schöne Aussicht, was? Gott schwimmt, ich höre du dumm zu Babylon. Denen! Aufhören! Herz auf! Wir sind doch wieder. Keiner nicht. Hin ist hin und stört dann immer auf. Oh mein Gott! Auf, rein und nix noch. Hey, hör jetzt auf. Aus und nix noch. Aus. Aus und nix noch. Los, her, aus. Na, Herr. Was ist denn da passiert? Was ist denn da los? Wer hat denn diese ungeheure Insurrektion angezettelt? Ohne jede Kriegserklärung. Mit dem Frieden! Du selber hast das angezettelt, du bayerische Fack, du! Na, weil's wahr ist, oder? Mann, ja. Das wird's ihm mein König nicht gefallen lassen. Dein König. Und Napoleon auch nicht. Obsteigen. Ja, wir werden ja furchtbar bezahlen! Für diese Unverschämtheit! Herr Hauptmann, ich bin Bürgermeister Schumacher. Ich darf Ihnen hiermit den Schlüssel der Stadt Innsbruck überreichen. Wir haben schon aufgesperrt, Bürgermeister. Wir brauchen keinen Schlüssel mehr. Ja! 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 Das soll dir gleich passieren, wie das… Das soll ich den Napoleon habenoll failure!